Du hast Angst vor uns? Kein Wunder! Na los, wer auf! Versteck dich! Wir finden dich! So! Er hat zu viel Angst vor mir! Ist das kalt! Was ist los? Oh Leute! Da war ja auch noch einer! Gehen wir alle mal ein bisschen mehr hier rüber, ja? Was haltet ihr davon? Einfach mal so hier rein, ins Eck! Ja, hättest du mal gemacht! Hättest du jetzt nichts Problem gehabt! Na komm, wer will! Boom! Jetzt haben wir es absolut easy! Aber jetzt können wir nämlich hier... Wenn ein Bulle sei bescheuert, ist in Arkham City rumzuhängen, verdient er ist... Okay! Es ist cool! Der Code! Sofort! Bitte tu mir nicht weh! Hier! Schlaf gut! Yes! Und zurück! Das sind alle Codes! Nächster Halt! Harley Quinn! Ja! Ja! Alles schön am rumglitschen gerade! Da bist du ja Batman! Und da geh ich auch wieder! Batman ist hier! Zack! Oh! 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 Ich schaff's wieder! Oh! Jetzt hab ich hier wieder hängen! Ne! Ne! Boah! Hier flornlos hier durch den Tunnel gekommen! Ja! Ey! Gib mir eine Mission! Oh! Ahm! Es ist die blöde Flederhaus! War mir sehr schwer, Leute! Hier! Könnt ihr nicht mal einmal hier diesen Scheißorten ruhe lassen! Boom! So! Puh! Stimmt! Wieso konnte ich eigentlich vorhin ähm... Also... Vorhin... Für mich vorhin... Für euch... In ein paar Folgen davor... Konnte ich ja auch... Diese Ausgangstore öffnen! Hilfe! Ich hab's! Ich merke gerade... Ne! Das handelt sich nur hier ab! Aber ich konnte ja quasi... Hier irgendwo konnte ich die Tore öffnen! Ich hoffe mal konnte meine Maus sehen! Ich weiß gerade gar nicht! Ob ich das aktiv hab oder nicht! Ver-steck! Ha! Einbruch! Ich bin Dieb! Ich bin der nächste... Äh... Der nächste Gast, glaube ich, ne? Hallee! Ich bin zu Hause! Ich wette, die habt... Entspann dich, Mann! Wir sind sicher! Keiner weiß, dass wir hier unten sind! Ist deine... Die Fledermaus ist hier! Schön, der betäuben kann! Außen Gefecht genommen! Oh, lol! Wo kommt denn hier alles her? Oh! Ich stehe gar nichts mehr! Nee! Nee! Komm mal her! Hoch! Zurück! Ist mir alles zu eng! Ah, hier war vorhin ein Ding! Was? So, ausge... Oh, Alter! Voll... voll gedodged! Hier passiert mir auch gerade irgendwie zu viel, was gerade nicht sein soll! Und... boom! Was ist denn jetzt hier gerade los, Mann? Wir machen jetzt mal ein ziemliches Ziel! Sack! Wirf! Na, wirf! Na, wirf! Na, nicht! Das wird wehtun, du Missgeburt! Ich werde euch zeigen! Ich werde euch zeigen! So... Gute Nacht! Ah, fuck! Ja! Hehe! Psych! Let's do! Nochmal den! Dann kriegst du nochmal Strom! Und schon bist du ganz alleine! Badabing! Badabum! So, wo muss ich hin? Ähm... Da oben sehe ich einen Generator! Hm... Keine Ahnung, was er mitbringt! Ah! Hä? Äh... Hä? Äh... Äh... Ich brauche jetzt aber... Eigentlich noch nirgends, oder? Ah, vielleicht Catwoman oder so! Hm... Ich habe es zumindest jetzt mal hier rübergestellt! Keine Ahnung, ob es bringt... Okay. Ach, das ist auch das von letztem Mal hier, ne? Da war das Geschoss drüben und hier habe ich den Sniper weggebolzt. Dann mache ich mal jetzt hier das noch auf. Aber ich muss wahrscheinlich rechts rein, ne? Wo ich auch eben gerade stand mit Robin. Naja, komm. Gehen wir mal da rein, weil ich glaube, hier soll es für mich... Hier soll es für mich nicht enden. Lol. Da ist einfach Joker. See you later. Hier ist sonst nichts. Fünf? Ne, acht war das. Attacke. Das wollte ich auch mal immer aushesten. Okay, das ist echt nice. Das funktioniert echt ziemlich gut. Gut. Aber dann darauf können wir aber kein neues Seil machen. So. Na, alles klar. So, also muss ich da rein. Okay. Ach, war das nicht gerade eben auf der anderen Seite? Nee, wir sind ganz anders. Oh. Versteh mich nicht falsch. Ich kann nicht garantieren, dass es so bleibt. Sieh dich um. Wenn ich dich nicht umlege, machen es meine Freunde da oben. Na los. Was war das? Seid zu sterben. Ich hab ihn. Wer ist hier? Das ist ja kaputt. Ich mach sie auf. Das war ja, ist ja komplett Schiffgang. Eger war noch alleine. Und dann ist der andere währenddessen hochgekommen. Mies. Ah, Mann. Wag dich jetzt ohne zu springen. Was ist denn eigentlich mit dir, Mann? Renn doch mal darüber jetzt. Ich wollte gerade sagen, mein Freund. Jetzt muss ich da rüber. Hm. Ich hab doch hier das neue Gadget. Sieben. Ich bin sicher, dass es von da kam. Zeig dich. Wo bist du? So. Ich hab mal ein bisschen konzentrieren. Ich find's auch so geil, wie es schon da drinsteckt. Und du auch. Der andere du bist gerade hochgegangen. Der findet erst mal 80.000 Leichen. Kommt jetzt hier hin oder nicht? Hä? Wie ist denn der hochgegangen? Ich hab dich zu zeigen. So. Soll bin ich grad ein bisschen fokussend war. Aber ich musste das gerade mal hier ordentlich über die Bühne bringen. Wie war jetzt das mit dem am cleversten? Der will's merken, jo. Kann der bitte aufhören, so rumzustöhnen? Ist der Wahnsinn. Okay, mein Wettering hat noch ein bisschen... ...verschnaufspause. Jetzt müsste theoretisch... ...kann doch nicht sein. Hier drüben liegt noch einer von uns. Der wird schon seine Waffe jetzt nicht mehr funktionieren. Ist keiner da, der mir helfen kann? Hallo? Ich brauche Hilfe! Testen wir's einfach mal. Hallo? Hallo? Komm mir nicht so nah. Oh Gott, das hat funktioniert. Geil. Ich komm näher und näher und näher und dann boom. Oh, der Arm tut mir leid, ey. Ich bin hier oben gefesselt, Batman. Bitte, du musst mich befreien. Ich bin hier oben gefesselt oder hier unten? Ja, egal. Sie sind in Sicherheit. Das glaub ich nicht, Batman! Jetzt gibt's tote Bullen! Gutes Weg! Ein Jammer! Kommt, Jungs! Was macht ihr? Beeilung, ihr Idioten! Oh. Hm, hat's weh getan? Los, macht Harley nicht sauer. Okay, also da ist wahrscheinlich ein Palter da dran und hat auch nochmal jeden geschockt, der in der Nähe war. Jawohl. Einfach mal den ganzen Gürtel hin und in die Arschasche gepackt. Hast du ihn gefunden? Ja und nein. Was soll das heißen? Keine Sorge, ich glaube, ich bin nah dran. Ich melde mich. So, haben wir das. So, Harley, wir sind da. Und wo bist du? Mit Batman, mehr brauche ich nicht. Rache für den Joker. Er ist doch da oben, oder? Was hält dich davon ab? Toll. Gar nichts. Es ist Robin! Ha! Stimmt, ich bin jetzt hier der agile, flinke Kleene von uns. Nein, lag ich weg. Hier scheide ich die Kapuze vom Kopf, Robin. Ja, ja, mach das doch mal. Auch wenn es nicht so clever ist. Pass du ab, Robin. Die solltest du abhaben. Bam, bam, sauer. Das ist jetzt, da bin ich jetzt zu groß. Richtig sauer. So, das tut mir jetzt aber leid. Was wird jetzt nicht mehr geduldet? Okay. Ich verschwinde. Viel mehr Roboter hier rumstehen, desto mehr habe ich das Gefühl, die werden gleich alle lebendig. Am Ende kämpfe ich gegen einen Mech-Joker. Funny Chart. Da steht er. Tick-Tack. Und da bei Null ist Dad. Verdammt. Er ist in dem Ding eingesperrt. Anscheinend hätte er sich in einen Trance-ähnlichen Zustand versetzt. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ihm geht die Luft aus. Diese Sicherheitskonsole scheint die Statue zu steuern. Wenn ich den Schlüssel nicht finde, wird Batman sterben. Ich sollte Harley Quinn suchen und sie darum bitten. Ich finde, dass ich den Schlüssel nicht so viel資ierbar bin. Ich bin auf der Schlüssel nicht zulßig. Im Fluss. Ich bin ja immer für die Schlüssel. Und das ist das eine Blatt.